Herzlich Willkommen beim Digital Impulse Studio, dem Format, bei dem wir zusammen mit unseren Gästen über die spannendsten Themen der digitalen Welt sprechen. Ich bin der Marco, das ist der Mika. Hallo. Und wir haben heute einen super spannenden Gast, den euch der Mika gleich mal vorstellt. Wir kommen jetzt erstmal zum Thema durch Technik zu mehr Nachhaltigkeit. Heute reden wir über das Thema Green Tech. Climate Tech ist gerade ein Begriff, wo ich im Gespräch mit unserem Gast vorher gehört habe. Heute zu Gast der Joruk Bartlok, gebürtiger Bezauer. Er war unter anderem dabei beim Thema Crates, CTO bei StudiVZ. Ja, ist schon eine Weile her, aber da wird mitgewirkt. Quatschen wir darüber. Er ist unter anderem Mitgründer und Gründer von Trili. Über das Thema reden wir heute. Joruk, schön, dass du da bist bei uns in der Runde. Danke, freut mich, dass du da bist. Vielleicht gerade die erste Frage, die Einschließfrag. Wo kommst du her und wo bist du jetzt schlussendlich gelandet? Also, ich könnte so Geistesblitze oder Lichtblitze in meinem Leben sehen, dass ich beim lokalen Spielwarengeschäft den Lego-Technikpreis Österreich gewonnen habe. Und das war so mein erster Blick in die größere Technikwelt, Lego-Technik, sage ich mal. Das ist dann weitergegangen, mein erster Computer am Tag der offenen Tür, gesehen her im Borgeck, im Gümme. Und für mich klar war, ich muss da rein. Dann war die nächste Station Neutechnik-Combux in der Schweiz. Das war die erste Uni mit Internetzugang, weil die mit dem CERN verbunden sind. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin parallel dazu auch an die Uni in Karlsruhe gegangen. Ich habe dort eigentlich mich selbstständig gemacht. Die erste Firma im ganzen Bereich Content-Management-Systeme, Redaktionssysteme. Das war recht cool. Unsere größte Kunden waren die LA Times, Boston Globe, 650 Zeitungen in den USA, wo unsere Module verwendet sind für User-Generated Content. Kommentieren, Videos, Uploaden, Kleinanzeigenportale, die wir programmiert haben. Darüber bin ich zur StudiVZ gekommen. Größte europäische Website, 16 Millionen User. Ich habe das zwei Jahre lang geholfen mit aufgebaut. Ich bediene der Ecke Big Data, Hochdaten, den hängen geblieben. Ich habe die Firma Crate gegründet für Industrial-IoT-Data. Vor zwei Jahren habe ich beschlossen, fuck it, enden mit diesem ganzen Thema. Ich möchte im Nachhaltigkeits-Impact-Bereich etwas machen. Ich bin in der Climate Tech mit Trili hängen geblieben. Spannend. Für alle, die das Wort zum ersten Mal gehört haben und noch nicht genau wissen, über was die da eigentlich reden, wie kann man die Begrifflichkeiten in Beispiele umwandeln? Ja, das vergisst man häufig, wenn man da der Betriebsblind ist. Das stimmt völlig. Wir stehen ja vorne, der größte Umbrüche in unserer Geschichte wird. In den nächsten Jahren wird kein Stuhl vom Anderen bleiben, weil einfach durch äußere Einflüsse dreht sich ganz, ganz viel. Und das merkt man, wenn man genau rein schaut, merkt man das schon ganz brutal. Manche Leute sagen dann auch alles gut und manche hinterher schon vor fünf Jahren realisiert. Und das heißt, es gibt da entstanden ganz neue Geschäftsfelder, die es vorher nicht gegeben hat. Und das sind für mich diese Theory of Change, was es da gibt. Da gibt es so Theorien oder Thesen, wie sich das ändert. Meine These ist zum Beispiel, dass Ökosystemleistung einen Wert kriegen muss. Also Ökosystemleistung ist, dass Wälder CO2 speichern, dass da eine Biodiversität ist, dass da Wasser gefiltert wird, dass da die Leute sich erholen können, dass man da auch Holz rausnimmt. Das war bisher die einzige Leistung. Also Schlagen von Holz, ich schlage einen Baum um, ich verkaufe ihn für x2 Euro pro Festmeter, kriege ich Geld dafür. Und das ändert sich jetzt. Und so gibt es ganz viele Änderungen, die da stattfinden in der Israel Welt. Und wenn diese Änderungen stattfinden, dann entstand da eine neue Firma. Da sprichst es jetzt Photovoltaik, auf einmal, hey, wir machen Strom aus Sonnen. Auf einmal gibt es viele Firmen, angefangen von einem Installateur, über Software zum Programmieren, über Firmen, die das herstellen, über Planungseinrichtungen. Da entstehen einfach neue Sachen. Und das ist das, was in diesem Climate Tech Bereich oder Green Tech Bereich entstand. Technologiefirmen, die diese Transformation, diese Änderungen mit begleiten und dadurch auch unternehmerische Chancen erkennen und die nutzen. So würde ich das beschrieben. Und dann gibt es halt andere Sachen, die am Unsterben sind oder wo irgendwie nicht mehr gut laufen, wo man irgendwie zumacht. Gibt es Berufsbilder, wo verschwindet, wo es nicht mehr gebrauchen wird. Und ja, hoffentlich ganz viele der ganzen fossilen Infrastruktur und fossilen Systeme werden aussterben. Und das gehört halt da dazu. Chance oder Risiko? Ja, Chance. Wir sehen sie gleich. Marco, wir haben ja bei uns einmal zu Gast gehabt, aus dem Thema Greenwashing gegangen. Oh, CO2-Kompensation ist in der Theorie immer ganz nett. Aber wer garantiert mir denn als Pflichthofer-Verbraucher, dass diese Zertifikate auch entsprechend heben? Ja, also das ist so, immer wenn sich viele Dinge bewegen und solche Opportunities entsteht, gibt es immer Leute, die da abschießen wollen. Und wir differenzieren das auch ganz klar, indem wir lokale Projekte mit lokaler Firma zusammen machen. Wir stellen diese Credits immer im Nachhinein aus. Also da gibt es die Regel, nach jedem Jahr wird geprüft, was hat der Waldbesitzer gemacht. Er muss auch Mittelverwendung dokumentieren und uns sagen, also was ist mit diesen Geldern gemacht worden? Und dadurch, und mir läuft das auch durch externe Zertifizierer. Also es gibt nicht uns, die sagen, jawohl, Stempel drauf, ich, Dr. Fresenius, finde das für gut, sondern es ist der TÜV, der nachher ISO-Norm das bestätigt. Und so tun wir halt das Möglichste, dass das hochqualitative Credits sind. Und selbst das, wenn man eine schaut, Credits, da gibt es wieder von bis Schlagwort ist einfach COC-Zertifikat, aber das ist nicht so. Das ist total differenziert wie Käsebrot ist nicht Käsebrot. Da gibt es gesetzlich verordnete ETS-Zertifikate, die von 10.000 industriellen Anlagen emissionsrechte gehandelt werden. Das ist der regulierte Markt. Verursacht ungefähr 40% von aller CO2-Emissionen. Das sind 10.000 Firmen in Europa, verursachen 40% aller Emissionen in Europa. 16 Millionen andere Firmen sind für den Rest verantwortlich. Und dort ist es freiwillig. Aber dann gibt es wieder solche Removal Credits, wo aktives CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird. Es gibt solche Conservation Credits, wo sichergestellt wird, dass nicht mehr CO2 freigesetzt wird, hauptsächlich im Naturumfeld. Es gibt sogenannte Contribution Claims, wo einen Klimaschutz leisten, aber der nicht messbar ist. Es gibt Corresponding Adjustments zum Beispiel zwischen den Ländern abgrenzen. Also da gibt es ein riesengroßes Thema. Da kann man ganz eigene Folge machen. Aber es entsteht ein neuer Bereich und da werden Orientierung lösen und versuchen diesen Markt zu definieren und Firmen eine Klarheit zum her. Und darum Transparenz und auch diese Sicherheit, dass da kein Greenwashing betrieben wird, das hat die oberste Priorität. Michael, du hast vorhin ganz gut angesprochen. Da gibt es eine super Folge. Also für alle, die da mehr darüber wissen möchten, die Folge mit dem Jörn Wiedemann. Unsere zweite Folge, wenn man alles täuscht. Die ist, also unsere erste Folge sogar, die ist echt zu empfehlen, wenn man mehr über das Thema Greenwashing hören möchte. Super, super, super interessant. Was ich mich noch frage, so das Thema CO2-Speicherung im Wald, wie läuft das denn ab? Also wie geht das? Also aktuell ist es so, dass Europas Wälder 7% von aller Emissionen oder allem CO2 speichert. Also wenn man ganz Europa anschaut, mit allen Emissionen, dann ist Wald 7%. Das hört sich irgendwie total wenig an, aber ist auch brutal viel, weil man hinterher alles, unser gesamtes Leben hat mit CO2 zu tun. Das ist so, dass durch die Photosynthese, wenn die Bäume wachsen, wird CO2 umgewandelt in Holzmasse im Prinzip. Und eine Tonne Holz hat ungefähr 750 Kilo CO2 drin. Also ist Holz und CO2 fast gleich zum Rechnen, beziehungsweise ist es sehr gerne mehr, wenn jetzt Wurzelwerk und Humus, was aufgebutt wird, ist je nach Laub oder Nadelbaum, speichert eine Tonne Holzmasse, die so umeinander ist, 1,2 bis 1,5 Tonnen CO2. Also das ist echt 1 zu 1 oder so gerne drüber, wenn man die anderen Sachen mitrechnet, gleichzusetzen mit CO2-Speicherung. Bei den Credits geht es immer um drei wesentliche Themen. Zusätzlichkeit, Dauerhaftigkeit und Vermeiden von Umwegeffekten. Also es muss dauerhaft gespeichert werden, in unserem Fall mindestens 30 Jahre, sonst kann man nicht sagen, länger ist besser, aber mindestens 30 Jahre. Es muss zusätzlich sein, also die Bäume, die schon dauernd stehen, die stand dauernd, da kann man nicht sagen, okay, es rechnet diesen ab, sondern es muss eine Veränderung stattfinden. Entweder, dass Wald umgebaut wird, die klimafitte Wälder und dadurch sichergestellt wird, dass das CO2 nicht frei wird oder auch, dass Nutzung, die möglich wäre, nicht durchgeführt werde oder, dass einfach Wälder mehr Vorräte denen hin. Das sind all so Themen von Improved Forest Management, dass man den Wald besser bewirtschaftet und dass darum mehr wächst und wenn mehr wächst, wird mehr CO2 gespeichert. Und dann geht es noch weiter, dass man das Holz aus dem Wald raus nicht vergammeln lässt. Das wäre das Schlimmste. Ein Teil davon wird man in Biomasse nutzen, aber das ist eigentlich ein Nullsummenspiel und sorgt teilweise auch für Feinstaub und solche Sachen. Am besten langlebige Holzprodukte, dass das Holz verboten wird über ideal 100 Jahre und länger und auch mehrfach genutzt wird. Und wenn man das alles besser macht, dann hätten die Wälder das Potenzial bis zu 12% des gesamten CO2s der EU zum Speichern. Also wir reden insgesamt durch Improved Forest Management plus langlebige Holzprodukte und andere Holznutzungsarten das von 7 auf 12% zu erhöhen. Und das nur, weil wir halt wachsen. Aber die Richtige, weil wenn wir jetzt wieder nur Alte Fichte hin und durch den Klimawandel wird das dröckener und wir brauchen mehr Laub und wir brauchen mehr Tanne. Also da muss die Waldgesellschaft auch abpassen und das ist halt ein langwieriger Vorgang, weil das bis an Baum wächst, das braucht halt bis 100 Jahre. Ich finde es auch ein super spannendes Thema und den Bezug zum Bringen, zum Erwer vielleicht auch mit dem ganzen Technikbereich, aus dem du ja kommst, wo man deine Expertise ein bisschen anzapfen kann. Was denkst du jetzt, wie kann die Technik bei solchen Themen aber dabei helfen, solche Sachen zu verändern? Also für jeder, der vielleicht Entwickler ist, der sagt, ich will Impact, ich will was mit Purpose machen. Was denkst du, was sind so die Wege, die man da einschlagen kann? Also das ist, oder auch das, ich bin ja totaler Newcomer in der Branche, Ertragstafeln und Bonitäten und Zuwachs und Geburt, Zuwachs und alles Mögliche. Das ist der, Waldbewirtschaftung schon seit Hunderten von Jahren wird das gemacht und ich komme als Outsider und viel in diesem Technologiebereich, da gibt es ein paar Ansätze, das ist, der Vergleich ist, es geht wie ein heißes Messer durch eine Butter, weil man Sache anders denkt und weil die ganze Branche überhaupt noch nicht digitalisiert ist. Da sind ganz viele ausgedruckte Pläne in Ordnung, da ist viel Wissen, wo man nicht da ist, aber die neue Technologie sind extrem viele Möglichkeiten. Man kann über Laserscannings bestimmen, wo standen, wie viele Bäume und welche Baumarte wie dicht standen. Früher hat man zwei Jahre lang Praktikantin im Sommer jeder hundertste Baum messerlang wie dicker ist und für messerlang und brutal aufwendige Arbeit und das hat man halt so alle 15 Jahre einmal gemacht und das heißt, genau ist das eine Branche, wo die Digitalisierung gar nicht wirklich angekommen ist und auch so total klein strukturiert. Also es gibt in Vorarlberg oder in ganz Österreich gibt es 160.000 Waldbesitzer, aber nur 400 Waldbesitzer, die 500 Hektar und mehr haben. Also als Verglich, Vorarlberg hat 100.000 Hektar, mit 10 Waldbesitzern hat man so die große Fläche abgedeckt, aber statt Torbirer hat zum Beispiel 1800 Klein- und Kleinst Waldbesitzer, wo ein Hektar oder mehr sind und bei denen weiß man überhaupt nicht, was man tut. Also das heißt, genau diese Kombination, Kleinteiligkeitsleute, die teilweise fern vom Wald sind, die aber digital affin sind, größere Forschbetriebe, die am Beginn der Digitalisierung standen, das ist eigentlich ein super Space, um da mit Hochtechnologie hinzukommen. Ist es aber auch die Art und Weise, wie man das digitalisiert, das Thema, weil Digitalisierung hat ja was mit Strom zu tun, Computer, mit Rechenleistung, wie staust du zum Thema Energie und die Art, wie man so Energie nutzt, für zwar ein gutes Thema, aber was hast du da für Meinung dazu? Also der Aufwand-Nutzen-Thema ist da eigentlich Peanuts. Also wenn man von den Energiemengen redet und wenn man den, also die Effizienz dieses Werkzeugs, Computer und des erzeugten Ausstoßes vergleicht mit dem Impact, was es hat, dann ist das wie ein super scharfes Sushi-Messer, was da drin ist. Das ist nicht irgendwie so ein alter Schiffsmotor, Dreckschleuder, der da behäbig irgendwie was nahe tut. Und klar ist das auch nicht zu vernachlässigen, was der ganze Stromverbrauch von dem angeht. Viele Rechenzentrum sind eigentlich schon green, IT, sage ich mal, hinter grüner Strom, sind versuchen, ressourceneffizient zum Sinn. Also klar kann man das optimieren und muss man auch optimieren, was diese Algorithmen angeht. Aber im Vergleich zu anderen Sachen halte ich das für ein riesengroßes Thema. Also würdest du auch sagen, man kann noch nach wie vor im Jahr 2023 Coden programmieren ist nach wie vor ein ganz wichtiger Bestandteil in dem Thema, oder? Ja, auf jeden Fall und da gibt es ja super spannende Ansätze, also die Leute in dem Bereich machen sich auch Gedanken darüber, die sind ja auch am Thema Nachhaltigkeit interessiert. Es gibt zum Beispiel so Routing-Protokolle, wo der Datenverkehr über das Internet nicht nach der schnellsten Route geroutet wird, sondern nach der energiefreundlichsten Route. Das heißt, dass zum Beispiel, wenn ich meine E-Mail und diese Datenströme, werden die jetzt über das Untersee-Kabel in England geroutet oder ganz über einen Satelliterlink für irgendwas. Also da gibt es so Entwicklungen für solche Protokolle. und auch diese Data-Centers für künstliche Intelligenz oder die Prozessoren, die da auch entwickelt werden, die werden auch immer energiearmer, was sie brauchen. Also die Technologie hat da schon einen riesengroßen Fortschritt. Was hast du noch für Beispiele? Mach bitte. Ich wollte aber gerade sagen, das wäre aber wie eine Frage gewesen, was sind denn so die Technologien, wo du denkst, du kommst jetzt wirklich stark aus diesem Technikbereich, jetzt geht es in dieses Impact hinein. Was denkst du, was sind so die Technologien, die uns da in der Zukunft erwarten, wo Programmierer und allgemein die ganze Technik immer interessanter wird? Also was die riesengroße Chance ist, dass das immer so abstrakter wird und dass diese Tools immer mehr High-Level werden. dass viele Leute, also das Berufsfeld von jemandem, der in diesem Technologiebereich ist, das wird riesen, riesen, riesen Brat. Weil es wird die Leute, die müssen nur diese Werkzeuge bedienen können. Wie ein Maschinenführer für künstliche Intelligenz, der muss halt wissen, wie man prompt schreibt und ist ein kreativer Beruf, was die Person machen kann und die Person muss dann nicht verstehen, was da alles darunter passiert. Aber es gibt da ganz spannende Berufsfelder dazwischen, also dass ich irgendwo bei TikTok an, ich schaue jetzt jung und modelmäßig aus Filter her, wo ich in Real-Time auf dem Phone machen kann, wo ich das streamen kann. Da gibt es einen kompletten Technologiestack, wo es halt tausend unterschiedliche Berufe geben wird, die immer einen Teilbereich von der ganzen Story angeht. und ich habe irgendwie das Privileg, dass ich jetzt bald schon seit 30 Jahren in dem Space dabei bin, dass ich die ersten Bits, die über das Internet überdreht worden sind, über die ganze Programmiersprache irgendwie mitbegleitet her und so einen groben Blick habe von vorne bis hinter. Und da sind ja einfach ganz viele Möglichkeiten, dass man sich für Teilbereiche, für die man sich interessiert, sich innen schaffen kann. Und das auch muss. Also jeder, der oder jede, die da eine Möglichkeit sieht und sich auf das fokussiert, kann durch Spezialisierung das wirklich hat die Weltspitze in dem Bereich schaffen. Und das ist das, was mir eigentlich total viel Hoffnung gibt, dass wir als Menschheit irgendwo diese Transition herbringen, weil wir hin ins Brain dazu, wir wissen, wie wir da dazu schaffen müssen und das ist keiner auf der anderen Seite total erschlagend wirken, weil man denkt, boah, ich verstand das überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwo hinzoomt, dann findet man es in Plätzle. Und das ist eigentlich die riesen Chance für Vorarlberg, für uns, dass Menschen, die sich da weiterbildern möchten, angefangen können von Applied Technology, wo sie die Tools anwendet, dass sie da tief rein gehen bis in die Forschung in dem Bereich. Also mega spannende Zeit aktuell, oder? Du hast gerade von Kleinwald- und Großwaldbesitzer geredet, Klein- und Großwaldbesitzer und es gibt ja auch große und kleinere Unternehmen, EPUs, gibt es ja auch sehr viele dort, speziell im Land bei uns, vor Adelberg. Was kann ich tun? Zum Beispiel hast du da klare Input-Tipps, wo ich sage, ja, generell Nachhaltigkeit interessiert mich schon, aber was kann ich jetzt in meinem Business tun? Aber das Routing-Protokoll habe ich zum Beispiel noch nie gehört, gesagt, wo ist, bla, bla, es gibt ja Zwerke, wenn ich Auto, haben das Thema Ökostrom, was hast du dafür? Also, das ist da ein super Thema, weil, ja, wir sind ja nur so viel und ich habe zehn Kilo Ausstoß, zehn Tonnen hat der durchschnittlich Österreicher, sollte auf sechs Tonnen runterkommen, aber das ist ja gar nichts, weil ich habe ja die zehn, den Größten und, nein, das ist eigentlich einfach der größte Blödsinn und jeder, wo, jeder, wo das sieht, das, ja, triggert mich, weil, ich glaube, ich glaube an eine Welt, die muss für alle funktionieren, also, und das ist die Überlegung, wie funktioniert eine Welt, die für alle funktioniert, wie schaut die Welt aus, mit meinem Business, wenn ich was tue, egal, als EPU, als großer Firmenboss oder als Sachbearbeiterin oder einer, ich muss mir überlegen, wenn ich diese Aktion mache, funktioniert es für alle auf der Welt und wenn ich es so mache, funktioniert es dann für alle oder funktioniert es dann für alle und das ist eigentlich der Maßstab für das Handler, wo man einsetzen muss und Klima ist ein wichtiger Teil davon und es ist auch nicht immer einfach, es gibt Bereiche, wo man Overshoot macht, wo man es jetzt übertribt und dann gibt es andere Bereiche, wo man wieder kompensieren kann, da ist so dieses Thema, eben diese Donut-Economy, ich weiß nicht, ob ihr da davon schon mal gehört habt, das kann jeder mal nachschauen, Kate Raworth, die hat so, die beschreibt das als Donut, wo man lerbt und da gibt es so ein Inner Space und Outer Space und das eine sind die Sachen, wo man das in Balance bringt, also wo unsere Ökosysteme, Ozeane überfischt werden, wo man Burnout-Sachen hat und da gibt es teilweise Overshoots und Undershoots und in Summe muss halt dieser Donut, der wabbelt so ein bisschen raus und rein, aber in Summe muss dieser Donut passen und das ist das Safe Space for Humanity to exist und der Bereich, den probiere ich für mich auch so zu definieren, also klar, da tappen wir ab und zu mal dazu, dass ich ein Avocado esse, aber dann denken wir, oh weh, oh weh, dafür mache ich wieder andere Sachen oder ich muss auch mal ab und zu noch mal eine fliegen und das sind die super spannende Diskussion für unsere Gesellschaft, die ich liebe zum Führen, wenn Klimaaktivisten vor Gericht nicht erschienen können und in Bali im Urlaub sind, dann sage ich, jawohl, die müssen auch in Urlaub gehen, aber auf der anderen Seite gibt es wieder Leute mit der erhobenen Zeigefinger, mit einem großen SUV, die sagen, dieser kleine Klimaaktivist ist in Urlaub gefahren, warum bist du böse und das ist halt super spannend zum diskutieren und darum, kleiner EPU, große Firma, Waldbesitzer, andere, die Frage ist ganz einfach, wie schaut es aus, dass es für alle funktionieren wird und wenn es so ist, dann haben wir es gelöst. Perfekt. Frau Alberger, Startup-Szene, gibt es da spannende Startups für uns im Ländle, wo du siehst, die machen im Bereich Green Tech schon was, weil es hat ja 2022 oder Innovation Kalki vom Land Vorarlberg, wo man ja so Digitalisierungsprojekte und so Green Tech-Projekte unterstützt und gefördert hat. Also wir haben da viel Potenzial, was das angeht und auch im Bereich Corporate Innovation, wo die großen Arbeitgeber sind. Wir sind jetzt schon seit einer Zeit lang in dem Startup-Land Storybierer, wo man eigentlich sehnt, was so an Startups ist. Im Mobility-Bereich gibt es welche, die so Ride-Sharing machen, das ganze Thema Hass im Netz ist das Thema, wo ich sehe, wo adressiert wird. Aber auch so das ganze Kreislaufwirtschaftsthemen, Food, da, und wir hätten echt massiv viel Potenzial. Und was ich aber auch sehe, manche Sachen sind wir Vorreiter, dass wir auch dieses ganze Thema Green, da habe ich schon geredet mit Digital Campus, das ist glaube ich schon zwei, drei Jahre her, wo schon diese Themen verantrieben worden sind und auch mit zahlreichen Vorinvestitionen, wo alle gesehen haben, was soll das, der kommt ja niemanden her und bringt mir da überhaupt solche Kurse zustande. Das ist unheimlich wichtig im Bereich von angewandten, also wie gesagt, angewandte Technologien, was das auch geht. Aber mehrhin, man muss auch ganz realistisch sehen, sind 400.000 Leute, die da leben, das gibt einen größeren Einzugsbereich Richtung Deutschland, Schweiz teilweise, die Masse ist überschaubar, aber ja, mehrhin viel Potenzial. Wenn ich es Tirol schon, und Tirol ist auch nicht so wahnsinnig weit weg, dass ich Impact habe in dem Bereich, das tut sehr viel, passiert Impact Hub Tirol, wo für Vorarlberger, Firmen interessant ist, wo aber auch diese Verbindung da ist. Vorarlberg hätte schon eine riesen Chance mit diesem ganzen Greentech-Bereich zum dort Flaggezeigen. Du redest jetzt viel vor, aber Vorarlberg hat viel Potenzial, es hört sich für mich aber so ein bisschen raus, dass du das Gefühl hast, es wird noch nicht ganz genutzt. Was denkst du, was müsste dafür passieren, dass man das ganze Potenzial auf die Straße bringt? Also das eine ist sicher Kapital für solche Startups zur Verfügung zum Stiller. Es gibt nach wie vor in ganz Vorarlberg, es gibt keinen professionell organisierten Fund, der in diesem Bereich Investments machen könnte. Da stand viele Persönlichkeiten und Egos im Weg, wo sowas verunmöglichen. Das finde ich wahnsinnig schade. Trotzdem gibt es Österreich und Europa andere Möglichkeiten zum sich orientieren und die Verantwortung der Corporates, die hier solche Dinge auch ermöglichen, die müssen wir auf jeden Fall hervorrufen. Politik bewegt sich, aber auch da ist sicher viel Potenzial für Geschwindigkeit. ja. Boah, ja, du, mega, mega, mega interessant, aber ich glaube, wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen, das ganze Thema, über das wir jetzt geredet haben, so eingangs Hard Skills, Soft Skills und so weiter, Soft Skills ist mittlerweile ein sehr wichtiger Skill, aber angefangen hat es bei dir, bei dem Programmierer, weil da am Digital Campus gibt es ja den Coding Campus oder den Software Developer, der im Herbst, im September, glaube ich, wieder startet, der kann auch Berufsgegleit machen oder Vollzeit machen, da gibt es auch ein K-Stipendium bis zu 50%, also solche Sachen waren ja damals verstandbar gewesen, wenn es solche Möglichkeiten gibt, oder? Ja, also das ist extrem wichtig und ich möchte nochmal den Vergleich ziehen, was mir eben auch gut gefallen hat im Programm ist, dass der so differenziert beschrieben ist, was das ist, es gibt nicht den Programmierer, das ist, wir bauen da virtuelle Gebäude, das muss man sich wie eine Stadt vorstelle, ich bezeichne mich auch teilweise als Architekt oder als Software-Architekt nicht einmal, sondern Systemarchitekt, wie solche Dinge entstand und da gibt es ganz viele Berufsfelder, da gibt es angefangen vom Murer, vom Elektriker, vom Innenausbauer, vom Tischler, vom Installateur, vom Dachdecker, vom Baggerfahrer, diese Berufsbilder gibt es in dieser Digitalisierung und wenn wir und die haben da echt das Glück gehört zum tolle Teams mit ganz diverser Leute zum Herrn, da gibt es den Murer und der muss dann einmal zwei Wochen lang auf der Baustelle sein und muss blöd gesagt, easy lecker an der Sonne und muss in dieser blöde Software-Code das machen, hat aber auch wieder super Momente, wo dann gibt es einen Aufrichter, wo wieder ein wichtiger Bereich gemacht wird und das ist da das, was so ein Programm aufgezeigt, diese Vielfalt an Möglichkeiten zum Citadena zu spezialisieren, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Zimmermann werden möchte und mit Holz eher in der Höhe schaffen möchte oder ob ich im Beton, Ziegel irgendwie baue bin und das lieber möchte und da entstanden ganz, ganz viele Berufe, wo man jetzt noch nicht einmal weiß und es gibt einfach einen riesengroßen Bedarf von den Firmen zum das brauchen, weil vielleicht noch ganz kurz zum Bogen zum Zurückschlagen, Startups ist nicht die allgemeine Lösung, sondern innerhalb von den Firmen Leute, die bereits im bestehenden Berufsweg standen, die sich da umorientieren, weiterorientieren, neu orientieren, das ist eigentlich das riesengroße Potenzial, was mir da in Vorarlberg hin und dann braucht es halt auch 10% Startups gehört oder genauso dazu. Für mich selber ist, ich habe diesen Weg gewählt und auch mich entschieden, nicht irgendwo in einer großen Firma Venture Capital mit x 100 Mitarbeitern zu machen, sondern wirklich muss zum anfangen ein Team, wir sind jetzt sieben Leute, wo ist dieser Aufbau, dieses Suchen von dieser Opportunity, dieses Navigieren am unsicheren Wasser, wo man nicht genau weiß, wie sich was bewegt, das ist das, was mir Spaß macht. Und so bin ich halt in diesem Startup Umfeld drin. Aber auch Leute, die da mehr Sicherheit, mehr Konstanz sind, die sagen, ich bin mit meinem Berufsunfeld nicht ganz zufrieden, ich möchte was machen, was mir purposevoll ist, was mir impactful ist, sind solche Zusatzqualifikationen wie Programmieren zwangsläufig. Und ein paar Grundregler lernt man immer, also was ist da wenn, dann Schleife, was ist irgendwie Iteration, das ist so wie, dass man überhaupt Karten spielen kann. Und diese Grundskills sind da und müssen da sein und dann gibt es Spezialisierungen in alle verschiedenen Sachen. Aber ein Grundskill für Programmieren muss einfach jede und jeder heutzutage haben. Ich wollte gerade eine Frage stellen und du präsentierst es mir eigentlich auf dem Silbertablett. Du hast vorhin eine super Metapher gehabt mit dem Bauarbeiter am Bau und jetzt im digitalen Lerber. Was denkst du was sind oder wo fange ich an, wenn ich sage, das hört sich voll interessant an, das interessiert mich. Was sind diese Skills, die ich zuerst benötige, um in dieser Welt mitzumspielen, um so eine Mauer aufzumziehen? Also das ist diese Fährte, die man aufnimmt, was einem eigentlich juckt und was man gern tut beziehungsweise Problem, was man lösen möchte. Ihr kennt das auch, dann gibt es kein Ahnung, ein neues Tool oder ein neues Mikrofon oder irgendwas und dann ist so wie oder man kriegt ein neues iPhone und den kann man alle unter Menü sehen und schauen was man alles überhaupt instellen kann, was es ist. Und das ist diese Neugierde, die man braucht und idealerweise schon ein bisschen zielgerichtet, dass man schon sieht, mit welchem Zweck mache ich das. Und dann kann man sich da reinfuchsen, um sich mal grundsätzlich berieseln lassen, was gibt es überhaupt für eine Möglichkeit von A bis Z ist es sicher nicht schlecht, um da mal einen Überblick zu suchen, die das schon machen, aber dann würde ich einfach bei irgendeinem Punkt anfangen und sich reinziehen lassen, wenn es reinzieht. Wo finde ich solche Tools, so ein Know-how, gibt es Plattformen, wo gibt es Möglichkeiten, wo kann ich starten? Gute Frage. Also ich für mich wo wie bleibe, ich bin ja permanent, ich muss mich auch permanent neu erfinden und neue Sachen machen. Ich habe meinen Bubble, meinen Filter so zimmer geboten, dass ich also Twitter ist für mich auch wenn manche Sachen nicht so laufen, wie sie sollten, ist ein anderes Thema. wo ich schon so die letzten Entwicklungen eigentlich recht gut mitkriege, was da gerade so läuft. Da gibt es einfach ein paar Leute, die diese Sachen sharen. Sharest du die mit uns? Wer sind so die Leute, die man zuhören kann? Ja, also in letzter Zeit frisst es mich ziemlich stark für diese ganze AI-Theme hier. Greg Brockman, also so rund um Open AI, rundum, was dort passiert. Den finde ich aber auch spannend, die Alternative, Stable Diffuse, Midjourney. Und das ist halt super, also Midjourney ist ein super Beispiel, weil die Hörende recht hoch ist. Da muss man sich auf Discord registrieren und ist wieder super noisy und dann muss man irgendein Newbie-Channel und dann hat man ein Ding da, aber das ist genau das Thema. Jemand, der es interessiert, der kann sich auch nicht auf den Computer und der oder dir kann sich mit Googler, mit Dingfragen, innen. Und dann machen wir das erste Bild. Und dann machen wir das erste Bild mit mit Journey. Und mein Freund von mir, der ist Barista, der hat mir erzählt, oh voll geil, ich habe jetzt mit ChatGPT die Beschreibung von meinem neuen Frühlingsrose, äh kleiner Spoiler, Frühlingsrose von Österreich geschrieben und wie ich das umgebracht habe mit irgendwie floralen Noten und Ding, voll geil. Und der hat sich einfach am Wochenende angeguckt und hat gesagt, ich will das ausprobieren. Und also, zurückkommen zum Thema. Deren Themenbereich finde ich super spannend. Dann finde ich auch Klimaaktivisten zum Beispiel auch spannend. Finde ich auch meinen Punkt am Sammler, also egal ob das Extinction Rebellion letzte Generation ist, wo ich folge, was die machen. Dann gibt es ein paar Influencer, Maja Göppel, Deutschland, Klima ziemlich wie vorne. Ganz spannend, das ganze Thema Green Growth vs. Degrowth. Da ist der, äh, da fällt mir jetzt der Name nicht in, aber rund um diese Kate, äh Kate Raworth, ähm, gibt es auch noch andere, die genau diese Thesen, äh, vertreten. Ähm, Food, finde ich super spannend, äh, was tut da eigentlich alles, ähm, alles läuft. Ähm, Elektromobilität, äh, E-Fuels, äh, ja, also da handelt man sich schon irgendwie durch. Und, und, und vor allem, ich glaube, als Zentraler vor Ort habt natürlich der Digitalkampus, weil du kannst auch sehr viele Gleichgesinnten treffen, oder? Die sich denn für ein Thema interessieren, weil der Digitalkampus hat auch den Green Campus da, äh, hat der Sustainability Manager da, der hat ja auch solche, ähm, Kurse da, wo, glaube ich, ganz... Also das ist sicher, die Leute, die so ein Kursprogramm entwickeln und ich weiß, wie das funktioniert, ich habe da teilweise auch einen kleinen Beitrag geleistet, da macht man sich wirklich, wirklich Gedanken, zum einmal eine 360-Grad-Perspektive von dem, was kommen soll, zum Schaffen. Darum ist so ein Katalog sicher auch ein gutes, ähm, ein gutes Beispiel, zum sich das, zum sich dort ein kleiner, ähm, ein kleiner Gefühl für Schaffen, wo könnte überhaupt die Reise herangegangen und einmal hineinschnuppern. Eine Frage, was ich glaube, jeder, ähm, oder jede stellen sollte, wäre, ja, was mache, was mache, was mache, wie schaut eine Welt, die für jeden, jede funktioniert aus, wie schaut sie für mich selber aus, ähm, ein Freund von mir, der Mark Buckley, der ist so Sustainability Development Goals Advisor von United Nations, der hat eigentlich die, der hat Miro, die Frage gestellt und viele Leute und die Antwort ist für jeder, jedem anders, was das heißt und das ist eigentlich, schon klingt traurig, auf der anderen Seite gut, weil das für alle Leute anders ausschaut, aber man hat keine gemeinsame Sicht, wie so eine Welt ausschaut und das wäre eigentlich cool, zum sich Gedanken machen, hey, wie schaut meine Welt aus, die für alle funktioniert und damit da, ähm, ja, was mache ich bewusst, was mache ich bewusst anders in die Richtung, das ist so eigentlich der Gedankenanstoß, der, ähm, der da cool wäre, ja. Ich glaube, ein wunderschöner Input zum, die Folge in dem Fall beenden, ja, also definitiv Hausaufgaben zu mir haben, ja, äh, sich die Fragsteller schauen, was man ändern könnte, also wie man, wie man, wie man sich für einen ausschaut, der hat die Welt und dann, äh, sagen wir mal vielen lieben Dank, Jodok fürs Dossi und, äh, vielen lieben Dank an der, an der Max für die Kamera und Daniela natürlich fürs Organisieren und natürlich auch noch unsere Zuschauer, fürs Zuschauer und für den Inputbringer, also, ich glaube auch, für alle zukünftigen Fragen, immer, man kann immer im Vorein einen Fragesteller, die wir weiterleiten können, im Nahein kann man Fragesteller, leiten wir gern wieder, leiten wir die wieder, ähm, ich glaube, da ist wirklich spannend, viele spannende Sachen dabei, wenn man so zu loset, ähm, ähm, die in allem anfangen, dann klärt zum, zum Rassler. Absolut, ciao, ciao, digital Campus Website, ähm, Ausblick auf die nächste Folge, wo wir haben, äh, wieder, äh, auch andere spannende GästeInnen, äh, dabei, äh, und stellen eure Fragen, damit wir die auch, äh, stellen können. Cool, danke. Super, danke. Danke. Ciao.